So, auf geht's mit dem Basti in der Runde Frick-Fest! Moin, moin. Ja, in der Folge davor hat er ja rumgeheult und so nimi wie Basti. Hat er elf Kills und heult rum, lassen wir eben killen, klar. Ich weiß gar nicht, wie du rumheulst. Aua! Da ist der kleine Mimimi. Moin. Moin. Liegst du noch? Nein, er hat mich selber gerettet. Boah, alter. Alter, ich konnte nicht mehr lecken, so schnell war ich gerade, ey. Ja, ihr übertreibt es natürlich wiederkommen, komplett, ey. Du sagst doch immer die ganze Zeit, die ich nicht mehr leckte. Mimimi. Alter, Leute, beruhigt euch. Kann ich mal hier rausfahren? Danke. Arschloch! Bitte? Den hab ich mir die ganze Zeit zurecht genuckelt. Ja, jetzt mach ich Mimimi, Alter, genau. Aber das hör ich bei dir den ganzen Arme schon. Ja, weil du auch schon so lange da bist. Ich komm um 21 Uhr circa. Jo, okay. Eine Stunde 50 später waren wir dann auch eigentlich da. Boah, den hab ich aber... Ah, Mist! Den hab ich hops genommen. Deswegen lieb der ja noch. Oha! Ey! Hallo, das ist meiner! Alter! Ich fände gegen anderen und... Ich helf dir, Dani! Zu spät, das hättest du früher sagen müssen. Ja, wär ich mal aus dem Kaloster rausgekommen. Alles gut! Alles gut! Aber die Bots provozieren mich alle hier. Ja! Aua! Aua! Ist das okay? Überschlag! Okay! Ich muss auch zwischendurch mal rein. Aua! Ey! Ich wollte grünen! Ja, hab ich gemerkt. Aber das ist grünen auch so. Alter, und fahr noch neben ihm in die Scheißpfanne, ey! Er hat zehn grünen. Ich hab nur noch zwei AP, Alter. Verpiss dich nicht. Verpiss dich nicht. Nein! Aua! Tschüss! Kleiner Pechser! Kleine, knöckige Schau! Gibt's! Ja, schön! Ein Keguh holt! Limo getötet! Limo getötet! Raum! Ich hab noch nicht einen einzigen Kill. Also mal leise, Shanta! Ich kann ja nichts für deine Ruhe. Weil ich hab hier andauernd Leute, die klauen nur noch die Kills, doch! Guck mal, er hat schon wieder vier Stück, ey! Mach die Melle, ey! Boah! Ich hab mal mit einem Garnix! Ey! Aua! Och, Mann, wie geht das doch! Weil ich ein Ei auf dem Kopf hab! Ja! Genau deswegen! Boah, ich hab ein Problem, hab ich abgezogen! Aber ich hab sie eigentlich nur gestrichen! Boah! Mann! Geht doch mal alle beiseite! Aber ehrlich, ey! Aua! Jetzt trifft die Limo nicht schon wieder! Wir Fighter hab ich mir jetzt zurecht genuckelt! Ich bin fünfter Platz, Digga! Was ist denn los von dir? Ja! Was los! Ich seh mal hier die ganze Zeit keine Kills! Ich hab die ganze Zeit die Leute vorbereitet und die ganze Zeit die Kills geklaut kriegt hier von irgendwelchen... ...Nomaden! Ich hab alle selber vorbereitet! Ich geh doch mal weg, Mann! Ich hab einen Kill! Juhu! 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 Das gibt es nicht... Danke, wie hieß der nochmal? Nein! Das hat er nicht hinbekommen. Hat er! Ich hab nichts anderes mehr gemacht. Damit ich noch auf Platz fucking 3 komme. Er hat euch gefallen und lasst ein Däumchen da. Ciao, ciao.